Dieser schicke und super ausgestattete Ford Ranger Raptor könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel mit AdBlue erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Große Anklapper und Außenspiegel bieten beste Übersicht. Vier Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schicke aus und lässt die Sonne draußen. Mächtige Alufelgen mit Allwetterbereifung unterstreichen den spartlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Überheizten Fordersitze mit Lederstoffkombination bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Ranger schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne, LED-Licht und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Kommunikationssystem Sync 4 gehört auch die Navigation. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem äußerst sportlichen Ford Ranger Raptor und seiner umfangreichen Sonderausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Bismarck freut sich uns. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.